hallo liebe freunde und hier haben wir eine größere anzahl so genannter steifer korallen also ich vermute mal ganz stark dass das hier so welche sind das sind keine speisepilze wie alle korallenpilze aber ich finde die sehen sehr schön aus und wenn man jetzt hier mal so drüber fühlt dann merkt man die sind ganz steif daher auch der name und die wachsen hier bei jungen buchen danke fürs zusehen